Ja, hallo, grüße euch. Ihr seht es ja hier eingeblendet. Der Trailer ist die Ankündigung für den Hauptfilm. Die Corona-Auswirkung auf die Jobcenter, auf die Firmen, auf das SGB II und die Leistungsberechtigten. Ich habe da wieder ein bisschen was bekommen von den Newsletter. Wer es schauen möchte, VKB-Joot bei WEDNUZ.TV den Trailer angucken und sich den entsprechenden Link raussuchen, Browserzeile einfügen und ab geht's. Dann bis gleich. Tschüss.